Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber hier bei Mayer beim Faro 1976. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wir können direkt durch starten. Maul ist da, wo sie hingehört. Sehr gut. Wir wollen heute die restlichen Städte ausbauen. Die kriegen Busse, kriegen schon mal einen Bahnhof und dann schauen wir mal weiter. Wie weit wir heute kommen, ob wir da auch noch die Schienen verlegen. Jinchan, ich danke dir für deinen Host und die Musik funktioniert immer mehr nicht. Hallo. Ich verstehe, ich hatte eben noch ein paar Tipps ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe neue gemacht und dann wollte ich die Maul probieren. So doof. Und wenn ich die Widgets teste, dann ist die Musik da, aber jetzt hier live ist es nicht da. Wir sind ein bisschen schneller heute online auf der Karte sozusagen, weil ich eben noch was installiert habe. Ich hatte noch die platzierbaren Güter, die mir runtergeladen, damit wir hier, wenn wir zur Zeit haben, noch hier und da noch dekorieren können. Vorhin gibt es ein neues Paint von der Dieseloft BA223. Ah, okay. Ich habe noch etwas anderes runtergeladen und das weiß ich nicht ganz genau, wo ich das finde. Ja. Müsst du tun, wollte ich da. Ja, die Shipping Waypoints sind auch neu. Hm. Wie kann man dann nehmen? Gut. 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 kann man die nicht auch etwas ein ...-weiter-rauch und runter machen? ginkähmal drauf machen, wenn du sowas schickst. Ich fico mal raus, wenn du sowas schickst. Weck mir das auch per PM. du kannst gegenstände auch mit bild hoch und runter ja er weiß ich habe ich gerade gemacht macht dann nicht jetzt hat er eben nicht gemacht ich weiß die farbe umgestellt habe ja weil ich die farbe gestellt habe jetzt geht es nicht mehr und muss dann vorher direkt vom anfang an dann die richtige höhe einstellen und dann die farbe wechsel gut das wäre aber ein punkt dass man nachher vielleicht noch mal angehen können weil die fahren ja durch durcheinander durch und die linie mal aufmachen dass man da vielleicht so eine kleine kurve und dann sich hier nicht kreuzen müssen dass man da dann ja eine anständige wegfindung dann haben für die schiffe hier auch so rein und dann hier so wieder zurück raus nochmal gleich erstmal alles aus was uns nicht was wir nicht unmittelbar brauchen so wie auch bahnhöfe und auch einfach alles und ich hab dir nur die düsseldorf geschickt ja ich habe sie mir gerade kopiert sozusagen und dann in einem neuen fenster aufgemacht ich habe keine abfrage bekommen wegen dem download Oder der Laptop ist schon zu lange an. Okay, wir gehen mal auf Reise und werden jetzt alle Städte anschließen. Klosterfelder haben wir schon benannt. Das war ja ein Wunsch, der Name so zu sein. Die Stone City, da brauchen wir etwas, was so... Ach nee, Herzberg war das, was... Die Sunny haben wollte. Ja, Herzberg. Von Hexe. Kann sein. Okay. Jetzt aber auch nicht so schön. Wer sich was hier gewünscht hat, wir kriegen die schon irgendwie unter. Ich mach mal ein Boppeln an. Ich mach mal ein Boppeln an. Okay. Die Boxen sind noch ein bisschen laut. Kann sein, dass die Musik allgemein lauter geworden ist? Ja, ist es. Ich seh es nicht gerade auch. Ich mach mal ganz kurz raus-tabben. Ich mach mal ganz kurz raus-tabben. Neu eingestellt hatte und da hat sich dann, ja, der Musik-Bot sozusagen... Also Mobot die Musik auf 100% gestellt. Das überlese ich jetzt einfach mal. Nein. Und da sollte auch der Dresdner auf Wasser nicht stehen. Nein, der sollte ja bestimmt nicht stehen. Ja. Musik kann mal wieder auf normal runter. Ich wollte aber noch ganz kurz gucken. Genau, wegen dem nächsten Namen. Weil da hat man ja was... Genau, Halle. Halle. Und das Ganze an der Saale. Deshalb eine Stadt, die relativ nah am Wasser oder am Fluss ist, besser gesagt. Warum bist du so feindlich zu diesem Bahnhof? Wönde ich gar nicht. Haben einmal gebaut reicht. So, Metropolis wird jetzt zu Bielefeld. Keiner gedacht, wa? Haben wir. Hallo. So, dann wollen wir nochmal Herzberg als nächstes. Wenn wir schon mal beim Berg sind, gibt es hier dann Landsberg. Ah, Klosterfelde war das, was du mir gesagt hattest, weil das bei mir eine Nähe war. So, dann haben wir hier noch Smallville und das nennen wir jetzt Erfurt. Das heißt, wir können jetzt hier den Bahnhof umändern. Das heißt, wir können jetzt hier den Bahnhof umändern. Erfurt. Wald. 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 Ups, alle Städte benannt, ne ich glaube einen haben wir noch, bin mir nicht ganz sicher, aber eine haben wir noch und da fehlt mir noch ein Name. Erfurt Holz haben, Gehra, Gehra können wir auch machen, ja, Erfurt eins bi Silva, Gehra, 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 Nebel, nefig. Indoföre Fl Legend aura sa célere itibệ MODE! Neig. Achso, ne geht nicht, würde ich gerne in Erfurt selber so benennen, Erfurt, Wampati, und der Kamui, auch ein Hallo, dass ihr dazu gestoßen seid, wie nennt man das Ding dann hier, Wald, Stämmer, bist du nicht bei Beta dabei? Nein, habe ich keine Zeit für. Ich habe das zugunsten anderer dann aufgelassen für andere, die dann da mit reinrutschen sozusagen. Ich wollte mich erst anmelden, aber ganz ehrlich, ich habe keine Zeit so noch mich damit zu beschäftigen ordentlich, damit es halt auch funktioniert, ja und weil ich spiele nebenbei halt noch ein anderes Spiel und das kann ich einfach so laufen lassen. Da reite ich von einer Stadt zur anderen Stadt und dann ist gut, da kann ich dann noch andere Sachen machen. Oder Erfurt Hafenbahnhof, ja Hafenbahnhof geht auch, danke. Hafen, Hafenbahnhof, das ist gut. Baumstimme lassen wir mal drin und wir können ja hier noch anbauen sozusagen, das heißt, wir können auch von hier aus noch Züge los schicken, wenn wir bräuchten, aber im Moment reicht das glaube ich erstmal aus, unseren zwei Züge und so weiter. So eine Stadt, nee, wir haben doch, 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 alle haben wir. Ich dachte erst noch hier unten, aber Braunschweig haben wir ja schon. Alle Städte haben wir benannt jetzt. Das heißt, die können wir jetzt schön ausbauen. Straßen und Bus, Tram vielleicht auch noch irgendwo. Ach ja genau, da hat man ja die Stadt ein bisschen eingezwingt, damit die hier runter wächst, tut sie auch. Wächst auch schön in die Richtung, die ich da vorgegeben habe, sieht man auch hier. Angebaut und dann Bahnhof ist schon eine Menge los. In den Kommentaren stand auch drin, dass jemand sich gewünscht hat, dass ich doch die Doppelstockwagen benutze, die wir hier ausgetauscht hatte. Wir hatten ja hier Doppelstockwagen. Die hatten eine Kapazität von 75 pro, also 150, weil es waren zwei Anhänger dran, aber die haben wir nicht mehr. Deshalb hatte ich die anderen Doppelstockwagen nicht benutzt. Was hatte ich hier gerade da? Weil die haben eine Kapazität, die, ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, das sind halt nur 88. Ganz kurz, warte mal, lass mich die Nase putzen. Also, das sind halt nur 80. Ganz kurz, warte mal, lass mich die Nase putzen. Das sind halt nur 80. Ganz kurz, warte mal, lass mich die Nase putzen. So, da habt ihr mal Glück gehabt. Ich hab gerade auch den Mute-Button gedrückt und hab dann, ja, aus vollen Zügen genossen, wozu weinen genießt. Und, ja, die hast recht, wir könnten mehrere aneinanderhängen, aber aus Prinzip habe ich es ja halt nicht genommen, weil ich hatte 150 mit der Länge hier, weil ich zwei aneinander gemacht hatte. Und hier wären es halt in derselben Länge nur 84. Ja, aber ich hatte vorher 150, wären nur 18 mehr. Aber das heißt nicht, dass man die nicht nochmal benutzen könnte. Also, die kommen bestimmt. Weil wir haben ja auch die neun Städte, da braucht man nur kleinere Fahrzeuge. Dann drei zusammen, genau. Aber ne, wir gucken nochmal, mit was wir die ausgetauscht haben. Wir können eigentlich auch laufen lassen. Wenn irgendwas passiert, dann werden wir das schon merken. Warte mal, war der gerade hier, oder? Der fährt aber gerade rein. Da ist er. Ne, 203. Volle Länge hat der, glaube ich, auch 230 Meter oder so. 262 hat der sogar. Aber, die können wir ja immer noch einsetzen. So ist es ja nicht, wenn wir dann halt von Hannoverhaus hier rüber fahren, oder halt auch nach Erfurt, ja, schon nach Schwerin rein. Da müssen ja noch einige Linien beigefügt werden. Also, wir wollen ja das als unseren Knotenpunkt haben, wo dann alle Städte dann irgendwie miteinander über Fernerliefen dann auch verbunden sind. Im Elbteil fuhren die früher so nach alten Fotos Doppelstockwagen mit Steuereinheit und Diesel-Lock plus Doppelstockwagen, Diesel-Lock, Doppelstockwagen mit Steuereinheit. Ah, okay. Ja, sonst wären sie da wahrscheinlich nie hochgekommen, oder sonst irgendwas. Hm. Gut. Aber gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Städte anständig anschließen. Dafür. Ah, nein. Das war zu viel. Ich muss aufpassen, wenn ich da abreiße. Ich möchte keine Häuser löschen. Nein, siehst du da. Hm. So schnell kann es passieren und schon sind alle obdachlos. Hm. Ja, kommt drauf an, was die für Steigungen halt da ausgesetzt sind oder auch Windungen, die da hoch und runter gefahren werden müssen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, 4,9 Milliarden. Dann können wir auch mit großen Straßen arbeiten, das ist vollkommen egal. Mal so lassen. Vielleicht mag die Stadt noch irgendwas da dauern. Hm. Hm. Die Stadt anscheinend schon ein bisschen was geplant. Schon ein Haus weggerissen. Ja, und noch ein bisschen was raus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 Ziehen wir das noch bis hier runter, ich denke dann haben wir die Stadt gut eingepackt, was hier auch wachsen kann, ne oder nicht, dann werden wir nochmal ganz kurz aufwerten und dann weisen wir rundum den Überstand ab, wenn die Stadt rauswachsen möchte, dann soll es ja das selber dann machen, hattige Möglichkeiten da anzubinden. Aber wäre mal interessant zu wissen, wer die Beta spielt und da schon mal Ausruf geben kann, wie gut das performt und so weiter. Ja, natürlich interessant, wenn man schon mal so einen Insider zu haben. Das hing weniger mit Steigung zusammen, sondern mit der Tatsache, dass nur Max-Einheiten eines Gliederzugs geschoben werden darf. Ah, eine Einheit. Ja, gut. Klosterfelde scheint erstmal so okay zu sein. Wir brauchen einen Bahnhof, der zum Durchfahren ist und vielleicht von hier oben halt auch nach Schwerin reingeht. Jetzt mal hier noch so rüber. Oh, Klosterfelde, Klosterfelde, Halle. Das wären ja unsere drei Städte dann wieder im Verbund. Und von Halle aus dann rüber nach Schwerin. Dann machen wir da einen einfachen Bahnhof und fahren von Halle, denn eins weiter, allerdings brauchen wir da dann nach Bielefeld rüber. Und dann von Herzberg rüber nach Schwerin. Und Herzberg, Landsberg, Erfurt müssen wir dann noch anschließen. Und von Erfurt dann vielleicht auch noch hoch. So, längere Strecke, aber da kann man vielleicht dann, kommt drauf an, was man dann schon für Fahrzeuge hat. Ja, einen Bahnhof, da gibt es nur einen, den drehst du noch. Ja, vielleicht. Oh, guck dir das an, was wir da alles bekommen. DBA-155, DB-Version, Baureihe der V60, auch sehr nice. Doppelstockwagen, S-Bahn Rostock, nicht schlecht. Und auch der Doppelstock der Deutschen Bahn, nee, Deutsche Reich, das war DPM, das war DPM, links, muss keine Ahnung, war was anderes. Kann man aber noch mal ganz kurz gucken. Ich hatte jetzt nicht gesehen, was noch da drunter war. War da eventuell auch noch was anderes, aber mal ganz kurz bei den Passagieren gucken, da unten sind sie. Die BV, deshalb wahrscheinlich, dann. 74 bis 608, das könnte natürlich sein, weil es dann umbenannt worden ist, 89, 90, glaube ich, ne? Oh, die ja eingepflegte, die Deutsche Bahn, dann. 31 und 36. Hm, okay. Haben wir hier noch? Äh, den haben wir schon ein bisschen länger. Ja. Warte, da war ja noch die... Dampfkammer, nichts Neues dazu. Elektrisch, da war jetzt... Genau, da war die hier. Zehn Millionen. Schnippchen, ne? 125 kmh. Schwer... 6-Achse-Elektromotive, Elektro-Lokomotive, der ehemaligen deutschen Reichsbahn, gebaut vom L.E.E.W. Inningsdorf, vorwiegend im Güterverkehr eingesetzt. Ah, nicht schlecht. Könnten wir austauschen, auch hier. Auf unseren Güterstrecken, die halt auch 125 kmh fahren. Die DDR gab es bis 94, war es doch so lange, bis die dann eingepflegt wurde. Ah ja, aber ist ja... Das dauert halt auch seine Zeit. Genau. War da auch ein Fahrzeug dabei für die Straße? Das fand ich jetzt nicht drauf geachtet. Nö, war nicht. Das hat man schon, ne? Ja, ab 1970, genau. War das gut, alles gut. Nichts verpasst. Ist Hennigsdorf nicht auch irgendwo bei dir? Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, doch, doch. Müsste hier ein bisschen westlicher sein. Ein bisschen. Sehr viel weiter westlich. War aber vor meiner Zeit. Ja, die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn wurden zur Deutschen Bahn AG damals. Ah, okay. Da erst. Ich dachte, das wäre erst noch Deutsche Bahn und dann erst in die Deutsche Bahn AG gegangen. Hm, vielleicht haben sie damit alles dann verbunden und so weiter, aber AG ist immer so eine Sache. Weil der einzige Eigentümer von dieser Aktiengesellschaft ist, ja, wenn man es genau nimmt, wir. Wir brauchen einen Bahnhof hier, der hier runter und dann nach Briesenheim. Sollen wir hier auch wieder zwei Bahnhöfe machen? Erstmal hier so eine Art Umstieg dann machen? Oder sollen wir dann außenrum fahren und dann nach Bielefeld? Und wir haben das ja schon mal gemacht, ne? Wir haben das ja schon mal gemacht, ne? Hier vorne. In Starnberg haben wir es ja auch schon gemacht. Ich sag' ich sag' nix dazu. Was? Du willst nur den Dresdner Bahnhof haben. Den stelle ich wirklich gleich hier hinten. Den stelle ich jetzt hier hinten. So, und dann haben wir den. Der wird nicht bedient und nix, aber wir haben ihn. Nein, mach' ich nicht. So, wir bauen Bahnhof. Ich glaub' kaum, dass man den hier... Nein, können wir nicht. Jetzt hat niemand ihn auch nicht. Ähm, 320 Meter, zwei Gleise. Machen wir mal Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. 19,20. Ja, ja, mach' mal. Der Düsseldorfer-Banner fehlt auch noch. Jetzt hätt' ich's geahnt. Und es ist... Ähm... Nein? Bows? Bows. Bows ist gut. Bows? Äh, 9 Meter die Plattform auseinander. Dann sind die Schienen direkt am... Dann haben wir da keinen Grünstreifen unten. Mal direkt mal auf 9 Meter, genau. Weil, äh, ich wollte eigentlich das hier drehen. Ich brauch' ihn da nicht durch. Ne, ne, alles gut. Alles gut. Jetzt brauchen wir... Ich hatte da gerade noch überlegt, ob hier noch, ähm, Güterzüge fahren und ob die durch den Bahnhof, ähm, fahren sollten, können, dürfen. Äh, aber ich glaube eher nicht. Gut. Curve. Äh, nein. Vielleicht sollte ich denn auch bei B gucken, so. Nein? 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 Könnt' man hier hinstellen und die Stadt wächst dann sowieso in die Richtung hier, weil hier der Bahnhof steht. Ähm, ähm. Entschuldigung. Machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Machen wir mal mehr. Hier? Oder hier? Und da hin? Irgendwann vergessen? Ich hoffe nicht. Wir können ja noch anpassen. Wenn wir noch irgendwas brauchen, aber das war halt dann nur die Straßentypen. Da können wir mal ganz kurz gucken. Die können wir noch auf jeden Fall einstellen. Und für Old, Country, New. Und für Old, Country, New. Dann mal Over, New. Ich glaube, das ist ein und dasselbe. So, okay. Straßengrößen braucht man nicht ändern. Straßenlänge. Können wir, dann haben wir mehr Platz am Bahnhof selber. Mir fehlt aber noch der Eingang. Auf der Seite, also der Straßenanschluss auf der Seite, das ist jetzt alles unten, Slope. Ne, Underground, das ist noch was anderes, ne? Keine Ahnung. Mal ganz kurz anmelden und jetzt gehen wir nochmal rein und gucken nochmal wegen dem... Da, haben wir. Da war's. Da war's. Da machen wir da nichts, dann können wir vielleicht ein bisschen Wald hinmachen. Oder irgendwas anderes. ов Ist das nicht. habe ich das doch anders gemacht ja also gehen noch die straße ja 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 weil da noch keine häuser stehen verbreitet sich die straße da enorm finde ich eigentlich doof dass das nicht anders geregelt worden ist auch hier mit einer trommel nicht aber bis oben und dann hier runter wir brauchen noch das tram depot ich habe die ich habe die die straßen nur vergrößert aber aber keine ja schienen reingebastelt naja kann ja mal passieren ja auf die paar kröten kommt jetzt auch nicht mehr an und busspur aber die machen wir tatsächlich nur da wo wir auch fahren und hier auch haben wir und dann und dann haben wir hier und dann haben wir hier die herstellen hätte gedacht ein bisschen höher gestellt was wollt ihr eigentlich hier hinstellen oder kommen wahrscheinlich die straßen noch zusammen deshalb da mal platziert dann können wir hier noch anhalten und dann halten wir hier an genau die eine links rum und die andere rechts rum kann es sein dass ich da eine haltestelle vergessen steht zumindest die vage anfangs vermutung verdacht oder so wo haben wir ich kaufe mal zwei stück pro wir haben mal drei im moment haben wir ja hier nicht so viel wir jetzt nur der innerstädtische verkehr schon mal abgedeckt wir brauchen das und dann würde ich nämlich auch hier schon mal den bahnhof den güterbahnhof noch planen die stadt schiebt sich nach zum bahnhof hin ist die frage ob ich mit dem dem zug hier anhalte also hier andocke das hier weg weiß und so hätten wir dann hier schon mal ein teil was direkt halt bedient werden kann mit dem bahnhof den kopf bahnhof zwei spuren neben brauchen mehr und dann bitte noch mit zweiten straßen anschluss oder haben aber viel angeschlossen gut ich hatte mir dann mehr erwartet vielleicht wächst die stadt ja auch da oben noch aus zumindest mit denen mit der industrie geht sich nur darum dass man sich darauf häuser hinstellen könnten auch wenn das ist vielleicht nicht zu groß ähm ja gerade ist besser Nein. Ich muss mal ganz kurz husten, bis gleich. Was ist denn heute da los bei mir? Niesen, husten, jetzt werde ich auch noch krank, na toll. Ich gebe der Stadt hier noch ein bisschen mehr Möglichkeiten sich zu entfalten. Reicht, wir brauchen einen LKW Ladeplatz, wenn es Autos, wenn der Autosave dann durch ist. Hallo schön Tigerfarben, was ist das denn? Ich kann nicht erkennen, was das ist, was du da für ein Smiley geschickt hast. Emoji, das meine ich ja nicht. Puh, ich mach mal das denn hier. Nervous mit einem Herz, so grob gesagt. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Das war ein bisschen zu viele Tigerfarben. Aber ich sehe sie gerade, ich habe sie gerade gesehen. Ach, da war was, genau. Sauerländer sind die, ne? Ja, das ist richtig. Aber du kannst sie ja nochmal schicken, aber dann mit Geschenke. Aber du hast ja gekriegt, sehr schön. Der Bude ist doof, der verwarnt mich auch ständig. Ja, aber du schickst auch links. Kannst ja nochmal den, fünf Stück habe ich glaube ich eingestellt, ne? Kannst ja nochmal 3 und 3 schicken oder so. Der hat 6 geschickt. Hm, die anderen die auch nochmal sehen. Ich denke, das ist ganz okay. Ich sehe die, was? Wo? Wo? Hm. Hm. Ah, dann machs gut, Tigerfarben. Viel Spaß dann da. Hey ho, Marikin. Ah, dann machs gut, Tigerfarben. mal wieder sehr viele bekannte namen im chat ich glaube die stadt können wir so laufen lassen wir haben können nachher dann noch die ja bis wir die industrie anschließend es dauert aber dann haben wir schon mal platziert ist okay dann können wir hier mit dem mit einer linie denke ich hier runter muss mal gucken wie wir da drehen können ein bisschen doof geworden jetzt gerade mal gucken vielleicht schließen sich ja hier die straßen an dann kann ich da so überfahren einmal im kreis und dann ist gut bei dem geilen spielen ja das wohl richtig freut mich mega aufs zweite ja und wir haben uns eben schon gefragt ob irgendjemand in der beta darin ist und da schon mal ein bisschen aus dem plauderkästchen sozusagen gut wir fahren hier runter durch halle und fahren dann von dort rüber nach schwerin ist plan gut und dann würde ich auch hier sagen wir steigen um in anderen bahnhof und fahren dann hier rüber weil es halt passt passt halt irgendwie vielleicht können wir das irgendwie verbinden wenn man da noch die den öffentlichen verkehr da in der stadt ein bisschen beeinflussen können gut wir reißen wieder großzügig ist halt das ab was ich halt den ich brauche das kann man nachher noch mal neu bauen auch das steht hier vorne dran okay dann das auch noch mal weg und wir bauen unsere eigenen straßen hier an also der eine bahnhof soll ja hier hin fährt dann durch und hier können wir schön als kopfbahnhof dann einfahren genau hier vorne irgendwo und dann hier rüber in bielefeld fahren wir dann wieder gebogen durch den bahnhof machen wir gebogen und fahren dann hier runter nach herzberg schauen wir mal vor elf gab es wieder ein neues flugzeug vor elf minuten ok ok fleißig wieder dabei ja im forum neue sachen zu posten erstmal suchen können wir hier so die straße also andocken sozusagen mit dem kopfbahnhof so noch 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 aber noch 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 all noch noch Das war's für heute. Ich wollte es jetzt hier an die Straße dran setzen, aber ich wollte ja mit dem öffentlichen Nahverkehr zu dem anderen Bahnhof rüberfahren. Aber dann könnte man das vielleicht hier machen, die Straße. Nein, gerade vielleicht? Nee. Ja. Naja, gerade würde es nicht, würde ich sagen. Also Bahnhof, auf Bahnhof. Aber so. Nee, so vielleicht nicht so viele, zwei Stück Weichen da. So Leute, heute ist aber wirklich der Boden drin. Oder in dem Fall ein Frosch. Der nervt aber auch richtig. Du hast einen Wurm drin. Dieses Internet, verdirbt euch. Ähm, ist die Frage, ob die Stadt sich soweit ausbreitet. Machen wir's bis hier an. Nein. 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 Da. Hier. Ja, kommt man zu Hause. Fangen wir bis hinten durch. Und dann noch. Nerf. Ne, lass mal, da gehen wir auch zurück. Die Frage, ob die Stadt überhaupt in die Richtung dann noch wächst, wenn wir hier den Bahnhof haben, der in die Richtung wachsen und auch hier hoch, weil da halt auch der andere Bahnhof hinkommt und zwar brauchen wir da einen flexiblen. Hm, der kommt hier so rüber und dann fallen wir, ne, brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das hier eigentlich für einen? Hm, ne, den nimm er nicht. Hm. Ach, das war der. Hm. Ach, der hat auch seine eigenen Straßen. Hm. 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 Nee. Ja, nimm den. Oder den Driesen auf Bahnhof. Hm. Seh ich nicht. Okay. Endbahnhof und dann mit einem extra Gleis geht's dann hier rüber nach Schwerin. Ähm. Waren wir? Doch, doch, wir fahren bis nach. Hannover fahren wir durch. Mal ganz kurz wegnehmen. Äh, Schwerin, wo Hannover stand. Hartenberg. Okay. Von Hannover aus nach Klosterfelde, nach Halle. Und dann wäre es nur eine einfache Strecke von... Äh, da blödsinn. Oh, Halle und Schwerin wäre eine Einzelstrecke. Hm. Hm. Ich hab' nicht gerne anders gelöst, aber ist okay, mach' mal so. Aber trotzdem nur zwei Gleise. Und hier steht fast überall der gleiche Bahnhof. Ja, weil ich nicht so viele Bahnen überhabe wahrscheinlich. Und wenn der eine mir nicht gefehlt, dann, ne, da kann man ja dann nix machen, ne. Also da ist ja, ne. Hm. Ja, was anderes, wenn wir hier auf einer, äh, auch Größenbahn sind, ja, aber damit, weiß ich nicht, mit 50 Städten, da kann man halt ganz anders arbeiten. Weil du kannst dann von vielen Seiten halt dann auch mit, äh, 8, 12, 34 Gleisen arbeiten oder so. Und dann auch mit ganz anderen. Ähm. Ich muss jetzt sagen, ich möchte halt nicht die Straßen benutzen, weil die sind zu klein. Nachher möchte ich da mit, weiß ich nicht, mit einer 8-spurigen Straße drüber. Dann geht das nicht. Ich glaub' man kann da, kann halt die, die, ähm. Das ist das sowieso gar nix spezieller, ne. Den kann man ja nicht mal, kann man gar nicht verlängern. Gut, der gehört wahrscheinlich auch zu dem andern Paket, Kupaka genau. Verbind doch mal jede Stadt mit jeder, bei fünften Städten geht das, ja, aber dann stehen die unterschiedlich und dann sind alle ineinander, können wir später vielleicht mal machen, nochmal einen extra Bahnhof für, weiß ich nicht, Schnellzüge oder so. Mal den mit, auch mal den nicht aufrüsten, Kassenlänge vielleicht? Warum hat sich der umgestellter, keine Ahnung. Okay. 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 diagonal rüber gucken ob die stadt halt hier überwächst hier wollte ich die industrie machen und dann werden wir dann da alles verteilen von da aus ich glaube das sollte funktionieren oder von herzberg aus von hier aus machen zumindest die verteilung denn wir könnten hier halt andere industriezweige dann abstellen hier aus dem unterfahren und dann die verteilung dann von hier unten dann genau hier dann das industriegebiet machen sozusagen und dann von hier aus dann herzberg bielefeld alle saale und dann kloster feld und ich glaube wir kommen auch dann von hier aus auch noch zu den anderen beiden städten runter landsberg und erfurt wieder aus dem lurk die lull bb so zu sein ich stehe jetzt im halle ja da die steht heute noch noch ein paar straßen ziehen und dann ist halle schon sozusagen mehr straßen als menschen ja erstmal wir bauen sie ja aus wir planen sie ja durch so dass das eine metropole werden kann ja vielleicht ja vielleicht naja ich glaube wir müssen hier mal ganz kurz ein paar schienen drüber ziehen ich weiß wo ich dann noch rüber kann aber krass wie strukturiert du den ausbau der stadt steuerst indem du alle straßen soweit schon anlegst zwei kleine bahnhöfe kommt bekommt alle immerhin ja genau 22 bahnhöfe sind in ordnung personenbahnhöfe fahren von hier aus halt noch nach schwerin rein und dann können die halt hier übersetzen sozusagen und dann nach bielefeld und herzberg runter oder halt auch umsteigen in herzberg dann in die anderen städte erfurt und landsberg jetzt muss man gucken dass ich da falls die stadt sich halt noch weiter ausbaut mit industrie und so weiter dass das hier rüber schwappt brauche ich halt eine brücke oder ein tunnel oder ein tunnel ich nehme mal drauf an aber ich hätte lieber eine brücke also chw poured ok hm 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 das muss ich was gucken imeter war 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 mal im W Eh? Ähm, hm 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 hm. alle braucht eigentlich einen kleinen hafen ja hier oder hier irgendwo aber ich glaube dafür ist das ein bisschen zu weit weg könnte man vielleicht als ausflugsziel oder so nutzen ausbauen kann überlegen wie weit ist das denn ja so ich gehe ja noch weiter noch hier Ich glaube nicht, dass die Stadt sich so weit ausbreitet, deshalb werden wir das hier mal ein bisschen einkürzen, nochmal so. Mir fällt gerade ein, dass wir uns doch mal über Bann unterhalten haben. Ich habe letztens zum ersten Mal jemand gewandt. Glückwunsch! Ich komme aus Halle. Raktinchen. War so weit, dass jemand sich so daneben benommen hat, dass du ihn da des Raumes verweisen musstest. Ich komme ursprünglich aus dem Bundesland, aber habe meine Ausbildung und meine aerogenen Halle-Sahle gemacht. Ah, okay. Mittlerweile bin ich in NRW. Best. Nein, nein. Das kommt ja auch her. So. Hammer. Wie gesagt, es geht sich hier darum, dass wir hier über die Brücke können und hier können dann der Individualverkehr kann dann hier drüber. Kann man hier auch machen. So, jetzt guck mal, dass man hier noch ein bisschen rüber, wenn er dann anständig anschließen würde. So. Kann man das auch machen. Frage, ob die Stadt sich so weit ausbreitet, aber ja, schauen wir mal an. Das wird schon groß, die Stadt, also. Hm. Den Güterbahnhof stelle ich jetzt erstmal nicht, weil ich nicht ganz genau weiß, obwohl, wenn ich hier die Industrie hinbaue, dann kann ich ihn eigentlich hier auch hier hinstellen. Ich möchte ihn eigentlich hier dran stellen. Güterbahnhof. 6. Und dann drehen wir den mal ein. Oh, wir kriegen einen neuen Wagen. Eigentlich schade, dass wir weiterlaufen lassen, wir müssen eigentlich Pause machen. Baureihe 108, Baureihe 118 der Deutschen Bahn. Dann Ozeanblau beige. Okay. Und dann noch ein paar. Oh, okay. Das ist auch nicht schön. Langswagen, Steuerwagen, erste Klasse, zweite Klasse. Ja. So. Ein Ozeanblau. Oh, nicht schlecht. Kam rein und wurde direkt gebannt. Du kennst mich doch. Ne, war einfach direkt auf Krawalt raus. Ah, okay, okay, okay. Oh, hast du viel Auswahl aus Güterbahnhof. Ja, ganz ehrlich, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt noch ein paar andere, aber es gibt nichts anderes. Ich stelle den mal hier hin. Und dann verteilen, tun wir Adern von hier aus. Boop, 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 boop. So. Ja, das stimmt. Siehst du die? Es gibt halt gar nicht so viele Güterbahnhöfe, wie es halt tatsächlich halt Personenbahnhöfe gibt. Ich weiß ja, ich habe schon sehr viele benutzt. Aber hier hat man es halt auch ein bisschen eingegrenzt. So, das haben wir. Dann. Jetzt bräuchten wir noch den innerstädtischen Verkehr. Hier rüber fährt und dann wieder zurück oder so. So. Jetzt mal auch einen Kreisverkehr draus machen. Bis hier vorne und wieder zurück. Bus oder Tram? Ja. Eigentlich der Standard in Varianten der Russisch Güterbahnhof und der Containerbahnhof. Genau, den Containerbahnhof gibt es ja auch noch. Der kommt ja erst 2000 oder so. Also den habe ich ja auch aktiv, meine ich. In Anführungsstrichen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Fährt in Halle eine Straßenbahn? Ich glaube ja. Oder? Ja. Sogar sehr viele. Ja, sag doch. Dann machen wir hier auch Straßenbahn. Lass mal gucken, dass man hier auch einen rund. Ja, doch hier so durch die Mitte durch. Hier rüber zum anderen Bahnhof. Hier wieder hoch und hier dann wieder das hoch rüber. Gucken wir mal, ob das mit großen Straßen hinkriegen hier. Und vielleicht gleich noch das und die Buschkur gleich mit oben drauf. Das geht schon mal. Da auch, da auch, da sowieso. Noch weiter runter gehen und dann so. Das sieht gut aus, dann machen wir das. Dann machen wir alles gleich an einem Fleck sozusagen. Nach einer Pferdebahn? Genau. Sehr stark ausgebautes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Gerade im Stadtzentrum. Wie lange oder da lang? Da, 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 da. Nie entscheiden. So, dann haben wir das. Die Po können wir da hinstellen. Das bietet sich, glaube ich, an. Kann nicht mal an sein, Leute. Jetzt werde ich krank. Na, toll. Woll mal nicht hoffen. So. Alte Stellen. Alte Stellen. Wenn krank bist, hast du mehr Zeit zum Streamen. Ja, aber dann werde ich wahrscheinlich nicht reden können, oder? Hat immer Vor- und Nachteile. Solche Sachen. Lass mal den hier anhalten. Hat er mehr Platz? Hier. Dann können sich hier die Straßen auch verbinden. Wenn sie Lust haben. Ja. Hier mittig. Mittig. Aber stimmt eben auch. So, dann habe ich einfach da gebaut und dann funktioniert das dann. Ähm. Ja, lass mal hier nochmal anhalten. Mal gucken, ob es da was bildet. Auch wenn da nix ist. Orange und orange. Dann schreibst du halt auch in den Chat wie zum Beispiel jetzt bei euch den Bahnhof in Halle. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ähm. Tram. Andere. Mhm. Eins. Tram. Falsch. Hahaha. Nein. Was mach ich denn hier? Ja. Waaah. Total. Verwirrt der Mann. So. Jetzt aber. Ja. Ja. Ich glaube es gibt auch noch der Haaler Straßen. Ja. Möglich. So. Dann einmal rechts rum. Und dann einmal links rum. Gut. Haben wir. Trams kaufen. Oh. Die letzte ist hier weg. Da kommt noch eine. Die Cobra. Aber ich. Haben. Haben wir hier. Doch. Wir haben doch auch Trams. Doch. Doch. Die sind alle schon wieder abgelaufen. Zwei Stück. Auf die eins. Und zwei Stück. Auf die zwei. So. So. Dann haben wir das. Wetter. Könnt man noch ein Bus. Einfach. Hier noch durchfahren lassen. So in der Mitte. Oder so. Hier so rüber. Schauen wir mal. Wie wir es hinkriegen. Vielleicht so. Hier rüber. Hier dann wahrscheinlich auch noch ein Bus. Oder so. Kommt nochmal drauf an. Wie groß das hier wird. Oder die Tram halt verlängern. Oder sowas. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Aber. Das ist schon mal okay. So. Von dem Bahnhof. Geht's dann hier runter. Nach Bielefeld. Bielefeld. Und man sieht. Bielefeld. Gibt's. Weil. Wir haben's hier. Und dann. Nach Herzberg. Und Herzberg. Also. Das sind ja wieder drei. Also. In Halle. Bielefeld. Herzberg. Und von da aus. Von Herzberg. Dann auch wieder rüber. Nach. Schwerin. Oder machen wir das anders. Oder fahren wir hier runter. Nach Landsberg. Landsberg. Herzberg. Schwerin. 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 Und von Erfurt. Nein. Landsberg. Noch Landsberg. Erfurt. Äh. Dann hätten wir Landsberg. Zweimal mit Schwerin angeschlossen. Sozusagen. Immer da durchfahren, sozusagen hier rüber nach Erfurt und Erfurt dann nach Schwerin. Raumschweig. Wie weit ist das eigentlich angeschlossen über Rüberland? Also München. München fährt ja auch nach Schwerin schon. Das heißt schon, war eine mit der ersten Städte, die wir damit angeschlossen hatten. München, Schwerin, Friedrichshafen, genau. Ja, fällt es mir ein, jetzt fällt es mir ein, Miss Vanny. Heute Siri, ah ok, hat er eine Straßenbahn von Halle gemoddet, ok. Nächste Mal. Wie machen wir das? Musik 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 Vielen Dank. Ich bin ja gut vorbereitet. Machen wir erstmal die Straßen. Bielefeld ist einfach. Würde ich sagen. Den größten Teil selbst gebaut. Kann man was einkürzen hier. So, gut. Nein. Nö, da steht auch noch ein Häuschen dran. Sehr gut. Dann machen wir das hier. Siemens-Düberg-MGT-6-D-Halle-Sahle veröffentlicht durch Mediziner. Ah, okay. Oh. Nein. Nein. Neun. Okay. Aus. Dann hier rüber. Warum geht das? Keine Ahnung. Ja, gut. Medizin. Und die haben wir nicht. Doch, ich meine, ich hätte aber da mal was gehabt. gut. Eigentlich nicht mehr. So schlimm. Und jetzt erstmal ein bisschen rüber. Hm. Passt. Passt. Hm. Ein bisschen eng. So. Passt. 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 Und zu. Ja. Be Carolina ist ein Krankheitsprozess gewesen. Oder es ist ja nichtod course gekommen. Dann bis zum Pfeifen gab es mit etwas geht. Und bei euch śp ist dann im Klassen stex DS4-EL otras Variations mit eigenem Dr pelvis Finally. Ja, da könnte auch noch eine rein, das ist auch okay, dann hätten wir das schon mal eingefasst, sozusagen. Alle so gar nicht entscheiden, wie wir fahren. Ja, da könnte auch noch eine rein. Ja, da könnte auch noch eine rein. Ja, da könnte auch noch eine rein. Ja. 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 Also im Kopf spiele ich gerade mehrere Varianten durch, dass man halt tatsächlich Herzberg hier nach Erfurt und von Erfurt halt nochmal eine Einzelstrecke dann nach Schwerin und von Herzberg halt ganz normal auch eine Einzelstrecke rüber und dann halt also Herzberg, Erfurt, Landsberg dann anzuschließen. Die von Landsberg können ja nach Erfurt oder nach Herzberg dann fahren, um umzusteigen, um dann nach Schwerin zu kommen. Da ist mal so. Ja, ist okay. Gut, der kommt hier runter und dann fahren wir dann so nach Herzberg. Sehr schön. Wir brauchen einen Bahnhof. Äh, das ist ein bisschen zu groß. Drei, ist okay. Hm, drehen. Den Curvy bauen oder soll man den lassen, wie heißt? Sag mal, äh, bin ich bei, äh, oh ne, ne? Ich bin bei YouTube gar nicht online. Was denn da passiert? Ach, Mist. Warum ist das denn? Warum bin ich denn da nicht online? Ach man, das habe ich jetzt nicht aufgepasst. Verdammt. Warum bin ich denn da nicht online? Ne, da wollte ich nicht online. Dann schnell nach StreamVD bei Twitch runterladen. Ne, das wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich erstens nicht weiß, wie das geht und wenn ich das dann nicht weiß, wie ich hochladen muss bei den Dingens. Hm, nein. Ich bin bei, bei Twitch und bei, äh, YouTube anscheinend offline. Warum, warum hat denn Restream hier versagt? Ah, ja, keine Ahnung. Und Mensch, das ist doch doof. Hm. Und hör doch nicht. Ja, ne. I. Ich bin bei, äh, ne. Ich bin bei, äh, ne. Da war ein, äh, ne. Ich bin bei. Und ich bin bei, äh, in dem Menschen. Und ich bin bei, äh, in dem, äh, in dem Menschen. Und ich bin bei, äh. Komisch, habe ich vergessen irgendwas zu verbinden oder sowas? Sorry Leute, ich hab jetzt erst mal klären will. Warum hat der das denn da ausgemacht? Ich habe mich schon gewundert, warum der David noch nicht da war. Deshalb hab ich gerade rüber geguckt auf dem Dashboard. Kann sein, dass das Token ... Nein, ich hatte Token einfach, weil Restream abgelaufen ist und ja, deshalb nicht hochladen konnte. Ich habe eigentlich das Stream jetzt OBS eben mal ausgeloggt, weil ich halt wissen wollte, ob halt die Musik, die ich jetzt eingefügt habe, dass die jetzt funktioniert. Beim Followen, Hosten und Raiden hatte ich halt Musik unterlegt, neue. Und da hatte ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und schon ist alles kaputt. Aber Restream müsste doch eigentlich sagen, okay hier YouTube, ich habe dich und ich bin doch auch online. Und wenn ich ... Brauche ich nicht immer das Streaming. Triebenschlüssel ist drin, Webcam habe ich eh nicht. Ah. offline zeigt er mir an doof apropos host ja danke für dein host und wie du hörst hörst du nichts wenn einfach mal neu starte so viel hast doch noch nicht gemacht heute ja gut ich meine das wären dann zwei videos bei bei twitch aber ich weiß nicht warum er halt nicht angeht auf youtube irgendwo muss ja dann die die verbindung weg sein das ist halt obs halt irgendwie die verbindung nicht mehr hat aber ich weiß nicht wo ich das gerade nachgucken kann auf die schnelle da kann ich natürlich jetzt nicht anzeigen lassen also wenn es euch nichts aus macht würde ich kurz aus machen gucken dass ich die die aber ich weiß nicht wie man halt die vds bei twitch runterlädt ja bei twitch ist es egal also wenn es euch nichts aus macht dann würde ich kurz aus machen gucken dass ich youtube ankriege es kann eigentlich nur an restream liegen dass dort was mit youtube nicht passt weil du ja streamlabs zu restream streams und dann von dort aus ist nach twitch und youtube geht richtig eigentlich müsste es so gehen aber er hat halt über obs zeigt er jetzt gerade nur an dass ich nur twitch habe und nicht die restream plattform die ich eigentlich eingestellt haben wahrscheinlich durchs ausloggen und wieder einloggen ab der sich da hat der ist hat es hat alles geschrottet oder wird keine ahnung ja das macht nichts gut ich wäre fünf minuten weg und gehe auf dein profilbild bei twitch und gehe auf video produzent auf die drei punkte und auf unterladen dann klicken ok einfach falsche adresse du bist gleich also ich würde erstmal so machen dass ich erstmal ausmache und ich komme gleich wieder guck mal ganz kurz nach ärgerlich warum und wieso das hier jetzt nicht funktioniert lass dir zeit nö nö so viel zeit wollte ich mir eigentlich nicht lassen aber bis gleich also fünf sechs sieben acht minuten bis gleich bis dahin bis已經 bis 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 Vielen Dank.